Ja, meine Freunde, das Spiel ist aus. 2 zu 1 verloren gegen Union Berlin. Hier jetzt die ersten Worte nach dem Spiel. Bin sehr gespannt schon auf eure Meinung zum Spiel. Schreibt es mal gerne unten rein, wer hat euch gut gefallen, wer hat euch nicht so gut gefallen. War es euch aufgefallen? Vorab natürlich kurz, wenn ihr mich trotzdem unterstützen wollt. Ich weiß, dass die Stimmung hier sehr schlecht jetzt gerade sein wird. Das ist bei mir auch so. Ihr merkt es vielleicht auch bei mir. Ich bin sehr, sehr gebrochen und habe viele Fragen im Kopf. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr den Kanal supportet mit einem Daumen nach oben. Gerne mal da lassen. Ja, ich glaube, 600 Likes für 6 Punkte, das wäre doch mal was. Und gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr mögt. 25.100 wollen wir erreichen. Dann kommen wir zum Spiel. Ja, 2 zu 1 ist das Ganze ausgegangen. Wir haben in 2 Minuten eigentlich das Spiel abgegeben. In 1,5 Minuten, um genau zu sein. 90 Sekunden hat es nämlich gedauert für die Unioner, um 2 Tore gegen uns zu schießen. Aber wir waren in der 50. Spielminute durch Vertessen. Das geht einfach zu einfach. Es ist dann zumal noch regeltechnisch abseits. Ich muss auch zugeben, dass ich die Situation erst jetzt nach dem Spiel, weil er direkt nach dem Spiel, im Interview mit Cetera, hat man die Situation nochmal gesehen, ist klar im Sichtfeld des Torhüters. Ich sage auch, dass das Tor fällt, auch wenn er den Ball sieht, weil er im Winkel voll reingeknallt ist. Aber laut Regelwerk hätte der VR eingreifen können. Und dann wäre die andere Frage auch gewesen, weil direkt danach, dass 2-0 gefallen wäre, wäre vielleicht ein anderer Ausgang da gewesen. Trotzdem müssen wir hier die Schuld auch bei uns suchen, muss ich auch ganz klar sagen. Ich bin allgemein kein Fan davon, irgendwie nur beim Schiedsrichter oder beim VR, die ganzen Geschichten daran irgendwie Siegniederlage festzumachen, sondern vielmehr bei uns. Und wir sehen bei beiden Situationen nicht gut aus, muss man ganz klar so sagen. Der Ball kommt von außen, rennt, ich glaube, Vertessen war es, nee, war es Vertessen? Ich weiß gar nicht, wer da links durchgelaufen ist. Auf jeden Fall, irgendwer läuft links durch gegen Malatini. Malatini gewinnt dann das Duell, spielt den Ball mit dem, also trifft den Ball vor dem Gegner. Leider geht der Ball direkt auf Gosens. Der legt den dann wiederum rüber und dann steht da Vertessen völlig vogelfrei, knallt den rein. Man muss auch da, beziehungsweise ist es auch abgeprallt und dann zu vertessen. Viel schlimmer fand ich aber, dass bei Gosens keiner eingelaufen ist. Malatini musste mit rechts verteidigen, also musste mitgehen. Die Lücke ist auf für Gosens, da muss halt irgendjemand dann schalten, entweder von innen rausrücken oder eben Weiser, dass er, der sich komplett aus der Situation rausnimmt, muss er den übernehmen. Steht keiner bei Gosens, der Ball kommt da hin und dann dadurch entsteht das Tor. Aber, ähm, denn wie gesagt, am Ende hat Malatini auch noch den Ball ausgerechnet gespielt. Auf Gosens natürlich super bitter, Vertessen mit einem tollen Abschluss, muss man auch sagen. An die Latte rein, machst du da nicht viel. 2-0 und das ist für mich vorgewillt im eigenen Ballbesitz. Abschlag bei Zettera zum Gegner, da fängt die Situation dann an. Aronson rennt los, gewinnt den ersten Zweikampf gegen Sennellinen, läuft dann Richtung Sechzehner, spielt dann im Prinzip genau gegen Senne und Malatini. Beide machen den Raum zu. Er spielt den aber durch, die beiden sozusagen, auf den Doppelpass, kann Doppelpass im Sechzehner spielen. Das darf nie und nimmer passieren, niemals darfst du im Sechzehner so frei zum Doppelpass kommen. Das ist unglaublich. Und dann knallt er den rein, viel zu einfach. Also da muss man wirklich auch alle in die Pflicht nehmen. Vom Mittelfeld aus bis hin zurück viel zu schwach verteidigt. Da warst du, es war wie ein Blackout-Moment. Hat man auch gehört, so von den Spielern danach direkt. Du warst da gefühlt zwei Minuten, du warst hier nicht auf dem Feld. Du warst nicht auf dem Feld. Absolutes Blackout-Moment. Ja, und dann muss man auch wieder sagen, irgendwie, es fehlen weiterhin, das ist auch die letzten Wochen schon immer wieder aufgefallen, es fehlen einfach die Ideen nach vorne. Im letzten Drittel, da kommt so gut wie nichts mal rum. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise, ja, man kann jetzt aus taktischer Sicht das Ganze auseinandernehmen und sagen, das und das war der Plan. Aber offensichtlich ist der Plan ja nicht erfolgsversprechend, im letzten Drittel wirklich gefährlich zu werden. Ich sehe da auch keinen Kombinationsfußball, wirklich gezielten Fußball, um wirklich Torgefahr zu erzielen. Da sind eher auch viele Zufallsmomente dabei. Allgemein muss man sagen, heute auch sehr, sehr viele lange Bälle, sehr viele Ballverluste, auch keine gute Passgenauigkeit. Wenn man sich das Ganze mal hier anguckt. Das hier war übrigens die Startaufstellung. Da sind, glaube ich, die meisten so mitgegangen erst mal, aufgrund des Ausfalls von Romano Schmid. Wolltest du mal? Du wolltest mal übrigens in der ersten Halbzeit, finde ich, noch der beste Spieler von uns gewesen. In Halbzeit 1 immer wieder Räume gerissen. Genau seine Position eben hinter den Stürmern hat mir gut gefallen. Von den Einwechslern, von allen Einwechslern hat mir am besten gefallen. Skelly Alvero wieder dreht, körperlich robust gewesen. Tolle Bewegungen, zielgenaue Pässe, bei Kopfballen mit hochgegangen. Der Typ muss eigentlich auf jeden Fall in die Startelf. Ich glaube sowieso, dass er nächste Woche in der Startelf steht. Komme ich aber am Ende nochmal zu. Expected Goals sehen wir 1,25 zu 1,02. Beschreibt gut das Spiel. Zur Halbzeit war 0,3 zu 0,1, glaube ich. Ja, es war, wir hatten bis zu 35 Minuten, hatten wir 0,05 zu 0,02 Expected Goals. Das hat das Spiel beschrieben. Das war Not gegen Elend ein Stück weit. Zwei Schüsse zu 5 aufs Tor. 6 zu 8 neben das Tor. Gleich ein Hälberbesitz für Werder. Gespielte Pässe, 82 Prozent Passquote. Da kamen wir noch ein bisschen hoch. 78 Prozent hatten wir in der ersten Halbzeit. Ja, Laufdistanz, Sprint seht ihr alles. Leicht mehr gewonnene Zweikämpfe, Ecken, drei Ecken gehabt. Ein Tor sogar dadurch erzielt. Hier muss ich auch ganz klar sagen, bevor jetzt die ersten zwei wiederkommen und sagen, ja, Nico, jetzt hat er hier Ducksch eine gefährliche Ecke geschlagen. Für mich ist das Eckballtor aus zwei Komponenten entstanden. Zum einen, weil Mitchell Weiser einen Geistesblitz hatte und das genau gesehen hat, wie Renau steht, sich vor Renau geschlichen hat und das einfach toll gemacht hat. Und Punkt zwei, riesen Torwartfehler von Renau. Der darf da, also ich weiß gar nicht, was er davor hatte, darf sich da nicht so austricksen lassen, auf gut Deutsch von Weiser. Ich sage aber, trotz dessen, das sind unsere Standards, da kommt viel zu wenig. Also im gesamten Spiel, wenn man das sieht, das ist einfach zu wenig Torgefahr, was wir daraus erzielen. Aber, ja, schnellster Spieler bei uns war ein Jimmer. Am meisten Zweikämpfe gewonnen, Nick Woltzema hatte. Das festlegt so auch meine Meinung. Nick Woltzema hatte die meisten Bälle festgemacht, viele tiefe Bälle gespielt. Auch wenn nicht alles geglückt ist, finde ich, sah das schon wieder echt ganz gut aus von Nick Woltzema hatte. Man muss aber auch sagen, es gibt auch nicht sonderlich viele Spieler, die du extrem loben kannst. So im Grunde. Keita kam rein, das hat mich mal sehr gefreut. Hat sich sehr tief dann fallen lassen. Und von hinten das Spiel mit zu öffnen, kamen keine großen Bälle. Also es gab da keine große Situation, wo er sich jetzt hätte irgendwie in Trump nicht spielen können. Aber wenigstens mal auf dem Feld gestanden, das ist gut. Ist auch gut für ihn. Ist auch gut, dass man ihn da mal wieder reingebracht hat. Jetzt kommen wir zu einer bitteren Nachricht. Boah, Freunde, das wird's. Pass auf. Weiser gesperrt nächste Woche. Zernelinen gesperrt nächste Woche. Steyl gesperrt nächste Woche. Also nicht nächstes Wochenende, sondern danach gegen Wolfsburg. Wir haben jetzt Länderspielpause. Drei Stammspieler raus. Mittelfeld komplett raus. Ich bin unglaublich gespannt, ob der Romano Schmid für Woltzema wieder reinsteht. Woltzema hat ein Superspiel gemacht. Eigentlich muss ich den lassen. Wie er das umsetzt. Aber dann offensiv denkt und Romano Schmid neben Woltzema noch stellt. Und auf der Sechst dann vielleicht Alvero. Keine Ahnung. Kann mir aber eher vorstellen, dass der sowas macht wie Bettenkurt, Groß, Schmid. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Können wir die Woche drüber quatschen? Weiser, Gelbsperre. Da wird Agu reinkommen. Den Mann links spielen. Aber ja, ich glaube, wir können das im Prinzip am Ende so zusammenfassen. Im letzten Drittel kam von uns einfach, wie gesagt, viel zu wenig defensiv zu schwach dann in diesen zwei Situationen verteidigt. Es war das sehr erwartbare Spiel. Viele hohe Bälle, viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir Alvero gerne gewünscht hätte. Weil eben gerade bei Standards der eine enorme Waffe hätte sein können. Und eben auch, es gab so viele hohe Bälle, so viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Ich glaube, dass Alvero da eine Macht gewesen wäre. Der hat man auch gesehen, als er dann reinkam. Ja, trotz dessen ein schönes Tor von Weiser. Hat nochmal Hoffnung gemacht, aber dann halt wieder vergebens. Ist die dritte Niederlage in Folge. Davor einen Unentschieden gegen Darmstadt, was wir hätten auch verlieren müssen. Muss man auch so sagen. Ja, das tut einfach echt weh, muss man wirklich so sagen. Ich weiß, dass ein paar Leute sind jetzt da draußen, habe ich auch gerade eben schon im Stream gemerkt, die dann die Ausreden suchen oder die die Schuldigen suchen im Sinne von der Spieler hat Schuld, der hat Schuld oder auch über Europa zu reden hat Schuld. Ich finde das völlig Schwachsinn. Ich sage es euch ganz offen ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, in der Rückrunde, Anfang dieses Jahres, hat die Mannschaft sich zusammengesetzt. Hat gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. So, wir schauen nach oben und gucken, was geht. Die Mentalität war da. Du hast gute Ergebnisse eingefahren. Auch wenn spielerisch nicht immer alles fein war, gar keine Frage. Und ich sage, mit der Mentalität, mit der Mannschaft kannst du viel mehr rausholen eigentlich, als aus das, was wir machen. Das ist meine persönliche Meinung. Das, was wir da zeigen, die Entscheidungen teilweise getroffen werden. Ich verstehe vieles nicht. Ich habe bei vielen Sachen Fragezeichen. Ich sage, mit der Mannschaft hättest du nicht die letzten vier Spieler einen Punkt holen müssen. In den letzten vier Spielen war wesentlich mehr drin. In den nächsten Wochen kommen Mannschaften wie Stuttgart, Leipzig und Leverkusen. Das wird ein richtiger Brocken werden. Das wird richtig, richtig hart werden. Und jetzt kommt eine absolute Pflichtaufgabe gegen den VfL Wolfsburg, die absolut auch im Loch drin sind. Da musst du eigentlich alles zeigen. Da musst du unbedingt wieder drei Punkte holen, um wieder irgendwie in die Spur zu finden. Aber wie gesagt, mir fehlt hier ganz klar eine spielerische Entwicklung. Vom Spielstil her, wo willst du hin? Für mich ist das irgendwie alles so immer sehr einseitig. Also es ist, da entwickelt sich nichts. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie was kommt spielerisch. So, du hast mal das Gefühl gehabt, wie gesagt, auch aus diesem mannschaftlichen Puss, ey, da geht mehr bei uns und dann ist auch mehr gekommen. Aber danach ist auch klar nachgelassen, muss man echt auch so sagen. Ja, und Union Berlin muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Glückwunsch an den Sieg. Wenn man zwei Minuten so dumm verteidigt, dann darf man sich hinterher nicht wundern. Deswegen Glückwunsch an die Unioner für den Sieg. Aber ich glaube, dass man ohne dispektierlich zu sein auch sagen kann, heute hätte man Union Berlin auf jeden Fall auch schlagen können. Also es wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen gewesen. Ja, aber so ist das am Ende. Ihr merkt, mir fällt es sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich sehr durcheinander bin. Ich habe sehr viele Fragen im Kopf, wie gesagt, auf die ich jetzt keine Antwort kriegen werde, wo ich einfach mit einem Fragezeichen bleiben werde. Ich muss auch erstmal so ein bisschen sortieren für mich. Morgen werde ich mich wieder melden. Aber das Spiel ist echt ein ganz schöner Nackenschlag jetzt. Vor allem, wie gesagt, mit den letzten Wochen zusammen dann. Ja, es tut mir einfach im Herzen da auch weh, dass momentan die letzten vier Wochen mit Werder jetzt so ein Negativtrend geworden sind, nachdem man eigentlich so viel Spaß hatte mit Werder und echt so ein bisschen nach oben gucken konnte. Es geht ja gar nicht darum, es geht eigentlich um gar nichts, es ging eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass man es genießen konnte, auch mal einen Moment nach oben zu schauen. Dann auch mal rüberschauen an die Augsburger zum Beispiel. Ich glaube, vierter Sieg in Folge, die jetzt gerade nach oben schauen. Vor vier Wochen hätten wir das auch sein können, so als Beispiel. Aber, tja, so ist das, ne? Schreibt mal eure Meinung rein, ich bin gespannt, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich brauche jetzt erstmal irgendwie Gartenmoments, sag ich mal. Ciao, ciao, Freunde.